Also wolltest du mir was erzählen, Michael? Jetzt halte ich dir gleich bei einer Kippe, ok? Zigaretten sind aber illegal, die töten einen. Also aufhören zu rauchen. Halt die Fresse, Mann. Also aufhören zu rauchen. HALT DIE Fresse, Mann! Also direkt erstmal offline gehen. HALT DIE Fresse, Mann! Alter, schon wieder aggressiver hier. Ja, Dinger, ich hab's seit vier Stunden nicht geraucht oder so, weil die Forza wieder da war. ALTER!